Rauche ein in die Welt der Seelenliebe, wo Herzenswünsche wahr werden. Entdecke die Magie des Seelenpartners, große Liebe und wahre Erfüllung. Lasst euch von Hoffnung und verträumter Sinnlichkeit leiten. Seid bereit, verliebt zu sein. Lass uns schauen, was sagt dir dein Seelenpartner? Ja, Finanzen und Karriere sind jetzt wirklich, die eure Beziehung beeinflussen. Also finanzielle Probleme wirken sich auf das Liebesleben aus. Und das gilt erstmal aufzulösen. Arbeite da!